so freedom episode 3 level 2 ich habe mal fenster aufgemacht ich hoffe die störgeräusche die störgeräusche von draußen halten sich in grenzen der ist es ja ruhig und temperaturmäßig auch relativ angenehm von daher auch schon das erste auto na gut, frieden oh alter was ist hier los? falsche waffe boah gott alter die haben hier schon wieder komplexe alle war das sinnvoll? nein war nicht sinnvoll ach god dammit so von da kommen wir, da müssen wir hin bleib dir erstmal in der tür stehen, alter so, dich nehmen wir mal mit klappe hat der wohl kaum so weh getan, wie du gerade rumschreist hier, das war höchstens mit keiner, weiß nicht, so kleiner schlechter so i don't like it hab ich getroffen hmmm one try na komm her, komm her, komm her boah alter die warf hat definitiv zu viel streu ah, das kann mir helfen das schöne ist anders als bei doom for doom bleiben die items hier liegen ich kann mit das ding also auch später nehmen brauche ich gerade nicht aha hat man hier an dem vorsprung gesehen da dass hier garantiert irgendwas besonderes ist so was hat das jetzt gemacht da steht natürlich wieder nirgendwo kann da nicht so kleines hinweisex äh hinweisex kommen mit ja wir haben alle gegner für dich gedötet hat sich auch nichts geöffnet wo wie da jetzt schon, ne ne doch, das war der Raum das war der Raum ach da geht's noch weiter ha mit splees da geht's noch weiter in die Richtung ne geht's nicht da ist geht's da raus ne ne da ist noch was was ist denn das kann man echt nicht erkennen das ist ja noch irgendwie so ein geheimes Tür hm weiß man nicht da bleibt man im verborgenen schade eigentlich gut gehen wir jetzt mal hier hin wie ist auch so ein Ding lol sieht ja nice aus gefällt mir so den kriegen wir von hier vorne nicht ab aber den Pink äh den Impter kriegen wir wahrscheinlich äh jawoll komm bleib still ähm einmal hier dankeschön dankeschön wow i don't like this i don't like this da kommt noch einer ich fick eure Oma auch oh oh ist ja scheiße Lava man jetzt haben wir noch 130 Rüstung dabei sammle ich doch Rüstung immer so gerne so aber hier noch was secret mäßiges hier ist auch wieder eine Tür oh alter oh alter hier ist wohl kein secret schade eigentlich gut gehen wir hier durch die türen also nur getäuscht in der stufe da mann alter tatsächlich ist das denn jetzt gerade so hat ich nachladen jungen nicht nach was ich noch ein uhr alter herz man leckt doch am arsch so ein bullshit immer wer kommt denn auf so ideen ey habe ich ein secret geöffnet nein habe ich nicht jetzt auch immer das wie gesagt ist man weiß es nicht was ist das denn für ein raum können wir dich vielleicht auch noch mal hin oder fuck so jetzt noch dieser verfickte kack kackraum so die türen mal ganz schnell auf jawoll die waffe ist definitiv dafür besser geeignet klar da war ich richtig schön im schlaf erwischt hier wo ist jetzt der andere fucker das ist wieder geöffnet ich will nicht mehr lang hier ist überall lava hier sind wir überfallen der klart die tür geöffnet da müssen wir auch wieder durch lava alter leute wer findet denn so eine kacke hier na komm ah man ich glaube rüssel können wir echt vergessen ich glaube rüssel können wir echt vergessen das hat etwas geöffnet hier kommen wir werden die kriegen mal Schaden wenn wir da runtergehen das ist auch noch ein Teleporter ich habe zu viele Teleporter wenn wir ja wieder schön rumprobieren dürfen hier ist ein Secret aha ja gut können wir gerade nicht gebrochen wir haben bereits über 200 noch ein Teleporter ach hier sind Symbole drauf oh leck mich doch wir müssen jetzt hier ein Puzzle lösen oh oh wo kam die denn gerade von hier oder von hier oder von hier warum Teleporter ach so ist ok immer das gleiche Symbol ok ich dachte schon so das waren zwei Teleporter hier war auch noch ein Teleporter ne sind doch verschiedene Symbole ach leck mich doch am Arsch gut bei dem was ist da für ein Symbol drauf ähm auch dieses Dreieck ok heißt also die Teleporter die mit der blauen Linie markiert sind und dann haben alle dieses Dreieck Symbol drauf was war hier hinten hier war nur der Schalter gut dann würdet einfach mal aus Jux zuerst den Teleporter markieren der da schwarz im Boden ist weil der also hier ähm der Teleporter hat der hier aber das ist der einzige Teleporter der ein anderes Symbol hat also gucken was hier noch so kommt komm doch mal her hier danke oha hier wurde schon wieder was hin teleportiert wo diesmal Leute ich hab dann gesagt dass ihr euch immer irgendwo hin teleportiert auch von da nach da komm da war noch einer zeig dich zeig dich zeig dein wahres Gesicht diese Seele kriegst du nicht ha wer red welches Lied das war oder von welcher Band das war ach doch welches Lied das war welches Lied und von welcher Band das war so rum also welches Lied von welcher Band das war ey wisst schon kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben ok hier ist also erstmal nichts wir haben also erstmal nur die Teleporter und diese komische Treppe die da ins Rote führt da runter da würde ich aber nicht runter deswegen probieren wir erstmal die Teleporter ähm so so ok äh gut dann oha oha ok wir kriegen keinen Schaden ha oh ist das jetzt Ende ne ist auch ein Teleporter ah das ist der Bereich wo wir befinden die bei Fischer ab von der Ferne abgeschossen haben von da hinten aus kann man auch keine oh nein geht jetzt auch nochmal weiter da ist ein roter Key oh alter der Brunnen gefällt mir ist das eine Falle wenn das hier so ein RPG wäre so ein Dungeon dann wäre das sowas von eine Falle ok hier brauchen wir den roten Key äh roten Key es ist sowas von eine Falle es war so klar dass es eine Falle ist warum müssen wir alle fallen fallen sein ha Bitches ausgetrickst oh fuck wir kommen nicht zurück doch wir kommen zurück ah ah wirst du aufstehen mach ich die alle doch komm wir haben hier Rüstung äh Munition dann kann ich doch mal alle machen hier ach siehst die haben wir auch noch Munition so schnell nachladen zweiter Durchgang oh na oh man alter ist ja genau in die Richtung gedriftet in der ich war äh ich glaub es nicht wie viel Pech kann ein einziger Mensch eigentlich haben hä wie viel so zweiter Versuch der Bullshit Gelina äh jetzt sind die nicht mehr da warum sie haften mich jetzt nicht verhängt ich fass verdammt das ist gefährlich nein ach man alter ey ich renne immer genau dahin wo die hinschießen kann es sein dass deren KI darauf abgestimmt ist ja ich hab noch zwei Schüsse übrig die würde ich jetzt an eh nicht verschwenden ich schieße zweimal ach so hier hab ich auch noch äh Viererblock gut ach siehst du reicht sogar oh jetzt sollte das für das Ding hier perfekt gereicht haben dankeschön und fertig oh das war das Exit fuck ne sorry denn würde ich doch lieber noch mal gucken was die anderen Räume da waren ach zu scheiße zu den anderen Räumen kommen wir jetzt gar nicht mehr oder ne gibt es irgendwo noch einen geheimen Eingang ne ja ne ja komm wow wow man ich hasse so ne Maps wo man nicht zurück kommt das ist doch Bullshit ah ne keine Chance dann leck mich halt feueramt ah gut schade eigentlich dachte wir können auch zu dem gelben Schlüssel alter ja mhm so ja dann würde ich mal sagen 에요 shau mit fall shau mit fall